Auf der Suche nach meinen Challenges bin ich jetzt hier bei so einem Großhandel angelangt und bin auch schon wieder echt überrascht, wie viele Ladestationen, vor allem wie viele Schnellladestationen es eigentlich inzwischen gibt. Die sprießen echt aus dem Boden wie Pilze. So, hier seht ihr es auch direkt wieder vier, in dem Fall Allego-Ladestationen, 150 kW, 300 kW, tippitoppi. Und was mir aber aufgefallen ist, da vorne ist so ein Tor. Das kennt ihr manchmal von so Großhandelsunternehmen. Da ist dann so ein Tor und das geht auch zu, wenn der Laden geschlossen ist. Und das wäre jetzt schon mal, wenn ich die Ladestation bewerte, schon mal direkt meine, naja, meine Frage. Wie komme ich eigentlich an die Ladestation auch ran, wenn der Laden geschlossen ist, wenn das Tor zu ist? Das nennt man dann sogenannte teilöffentliche Ladestation. Das gibt es auch immer wieder. Und dann wird man da hingeleitet und dann ist das Tor zu. Das wäre ja ärgerlich. Aber jetzt schauen wir mal. So, bewerte die Ladestation. Also, da gibt es natürlich jetzt eine Challenge. Zehn Kilometer kriege ich dafür. Bitte beantworte die Fragen, um uns zu helfen. Wieso besuchst du heute diesen Ladeort? Ja, natürlich zum Einkaufen. Zwinker, Zwinker. Wie einfach war es, die Parkplätze an der Ladestation zu finden? Super einfach. Ist nämlich direkt, wenn man reinfährt, auf der linken Seite hier. Also, das war top. Wie hast du diesen Ladeort gefunden? Durch die Encharge-App. Was ist das? Na gut, das steht jetzt hier nicht dran. Ich nenne es mal Website-Ladesäulen-Verzeichnis. So, bitte gib an, welchen Anbieter du genutzt hast. Welchen Anbieter habe ich jetzt genutzt? Hm. Einen guten. Smiley. So. Kann ich da jetzt auch was schreiben? Weiter. Hoffentlich kriege ich noch einen. Hier. Um welchen Fahrzeugtyp handelt es sich bei deinem aktuellen Fahrzeug? Ah ja, guck mal, jetzt kann ich hier VW-ID 3 direkt in dem Dinger auswählen. Bewerte die Zugänglichkeit. So, bitte bewerte wie einfach der Zugang. Jetzt gerade einfach, aber das weiß ich ja noch nicht genau. Mach ein Bild von der Ladestation an. 0, 2, 5, 4, 2. Ja, die hier. Okay. Bild aufnehmen. Steht übrigens auch ein schöner roter ID 3. Ist auch nicht schlecht so. Aber gut, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Zack, mach mal ein Bild. Foto benutzen. Hochladen. So, mach ein Bild vom Parkplatz inklusive der Markierungen. Da jetzt zum Beispiel, das wäre jetzt eine erste Kritik, könnte man jetzt auch wieder die Böden blau einzeichnen. So, machen wir mal hier ein schönes Bild von dem Parkplatz. So, zack. So, Vorsicht Kameramann, nicht umgefahren werden. So, hochladen. Also bewerte die Sauberkeit der Umgebung. Ja, sieht alles super aus. Nichts dreckig. Hat der Ladevorgang funktioniert? Ich wollte ja nicht laden. Ich wollte doch nur Kilometer abstauben über die Challenges. Laden will ich ja dann mit den Kilometern kostenlos. Welche Angebote und Services gibt es an diesem Ladeort? Einkaufsmöglichkeiten? Na, hier kann man ordentlich einkaufen. Papierkorb habe ich jetzt keinen gesehen. Das ist auch immer so eine Sache. Na gut, muss wahrscheinlich ein Stück vorlaufen. Da vorne gibt es dann welche. Na gut, lassen wir es mal noch durchgehen. Toilette wird es hier bestimmt auch geben. Überdachung nicht. Sitzgelegenheit auch nicht. Sonstiges. Hier gibt es keinerlei Angebot. Und weiter. So, was würde diesen Ladeort zu einem Fünf-Sterne-Ladeort machen? Na ja, ich würde schon sagen mit Überdachung wahrscheinlich, wenn es regnet. Obwohl, da kann man ja auch im Auto sitzen. Weiß nicht. Ich würde sagen, wenn ich jederzeit laden kann, auch wenn der Laden, Laden und Laden, geschlossen ist. Ihr wisst, was ich meine. Dass das Tor nicht zu ist, dann wäre es perfekt. Na ja, schauen wir mal. Die Bilder sind gespeichert und werden hochgeladen. Ich habe damit ja praktisch jetzt dem Team, in dem Fall jetzt denke ich mal Allego, dem CPO, also dem Ladesäulenanbieter, den Wink mit dem Zaunfall gegeben. Hey, da bin ich nicht ganz sicher, ob man da immer reinkommt. So, und wieder zehn Kilometer. Das geht eigentlich wirklich zackig, oder? Und ich finde es irgendwie cool, man setzt sich mit den Ladestationen auseinander. Also mir macht das sehr viel Spaß. Das müsst ihr natürlich für euch rausfinden, ob ihr da auch Bock drauf habt. Und natürlich kann ich jetzt nicht jedem empfehlen, überall hinfahren und die Challenges zu machen. Sondern im besten Falle, wie gesagt, guckt ihr einfach mal, wenn ihr unterwegs seid, mal kurz in der Encharge-App nach, gibt es wieder irgendeine Challenge. Und dann macht man das so beim Vorbeigehen oder wenn man sowieso lädt. Ihr könnt euch übrigens auch bei jeder Ladesäule über diesen Knopf hier in der Mitte unten einchecken. Dann könnt ihr zum Beispiel hier jetzt auch die ALEGO-Station, das geht immer. Da gibt es jetzt keine Kilometer dafür, aber ich kann jetzt sagen, wie war die Erfahrung? Daumen hoch, Daumen runter. Und dann kann ich jetzt schriee schreiben, mag ich, was auch immer, ihr ein Feedback habt. So, und das Coole ist, dann sammelt ihr jetzt sozusagen, ja, Punkte bei Encharge. Das ist ein cooles System. Du bist das erste Mal hier, Zeit zum Feiern, das ist dein erster Besuch. Jetzt habe ich 15 solche Encharge-Punkte bekommen, um mich sozusagen hochzuleveln. Hier, Thomas ist der lokale Held mit Einbesuchen, das war jetzt jemand anders. Da kann man sich einfach so ein bisschen hochleveln. Und das Schöne ist, man kann dann, weil das muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, ich gehe gleich nochmal eine Runde shoppen. Man kann ja auch über Shoppen die Punkte sammeln, das dauert aber immer eine Zeit lang, bis die Punkte gut geschrieben sind. Das ist auch immer wieder eine Kritik. Aber wenn ihr hier fleißig auch die Check-Ins macht und alles, dann könnt ihr auch und allgemein fleißig mitmacht hier bei den Challenges und so weiter, könnt ihr auch zum Shopaholic, glaube ich, werden. Das heißt, das ist, glaube ich, so ein nächstes höheres Level. Und dann bekommt ihr die Punkte sofort gut geschrieben und nicht erst später. Also das ist auch eine total gute Sache. Da gibt es so viel noch zu entdecken. Deswegen, ich kann euch hier noch einen Bruchteil mit auf den Weg geben. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal eine letzte Runde shoppen und dann schauen wir mal, was mein Kilometer-Guthaben-Konto so sagt. Ach, guck mal, jetzt ist hier so ein Nachrichtensymbol aufgetaucht. Chat, deiner Lego-Team. Ah, hallo Robin, vielen Dank für dein Feedback. Sollte der Großhandel geschlossen sein, kannst du einfach beim Pförtner anrufen und eröffnet dir das Tor jederzeit. Direkt am Tor findest du auch die Telefonnummer. Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne jederzeit. Wie cool ist das denn? Ich habe doch gerade noch reingeschrieben, dass ich mir nicht sicher bin, wenn das Tor. Und ich habe vorhin noch gesagt, manchmal chatten die mit einem. Jetzt hat mir praktisch das Lego-Team direkt schon geschrieben, dass man dann den Pförtner anruft am Eingang. Und da steht die Telefonnummer und der macht dann auf. Jetzt bin ich überrascht.